ja hier ist ein Schneebium ein Wolf hinter dem Schneebium ist ein Dschungelbium und in diesem Dschungelbium bin ich drin echt? so weit weg? mich interessiert das mich interessiert das weil ich nicht weiß verstehen muss weil ich nicht weiß, ob das das richtige Schneebium ist also ich glaube eher nicht wenn du mich fragst ich bin jetzt einfach nur in diesen Wald reingerannt hinter unserem Häuschen ja, ich bin auch reingerannt und dann gefarmt und dann war ich weg ich sehe das Schneebium aber bei weitem bald kein Dschungelbium aber ich sehe auch irgendwie keine Tiere mehr das fängt mich gerade übel ab die habe ich auch schon alle gekillt, da war ich ja ja vorhin eine Tierefarm ah, hier sind noch ganz viele Hünder so ja am ja, am, 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 am am, am, am am, am, am am es wird dunkel vielleicht da ist noch was vor mal so langsam auf dem Rückweg ah, ist klar, ne, jetzt wird's und auf einmal sehe ich voll viel Schweine ja, die spawnen doch nachts ja, die spawnen doch nachts ich finde wenn Schweine in so ner Horde sind und du schlägst ein einziges im anderen ruhig nur das eine rastet voll aus oh ja hab ich mir irgendwie nie drüber Gedanken gemacht bis ich bis jetzt auch noch ich weiß nicht ich bin nur grad hier alle in Ruhe und ich wollte die reden Horde aber mein Benji hat das irgendwo anders hin zu tun jetzt kommt das nicht wieder ich kann das nicht aufnehmen ja, wie's gerade anfangen ja, Tobias, da hast du Pech gehabt so, jetzt steht das da wieder, jetzt, ne, jetzt kann ich so ne, liegt das hier nur als item rum und ich kann das nicht aufnehmen doch, jetzt hab ich's aufgenommen Wahnsinn das item will einfach nicht in muss ich noch kurz deine Koordinaten sagen meine Koordinaten x258 x22 ok jetzt kann ich das nicht mehr hier platzieren, Alter in der 0300 Blöcke wie das am Leggen ist am Leggen ist das ist doch so wird er macht es nicht besser das besser ich habe dann nur noch schlechter dort wird es raus er ist aber früh jetzt wird bei dir gehört ich bin und er steht auch wieder war so behindert er ist das alles wieder zeitverzögert ich bin er kamen die Räume fünf Minuten überprüftet ich kann nicht aus dem Internet gehen die Geschichten erzählen genau ja ich bin auch nicht ja aber es wird ja nicht mit also schon verschlechtert wenn du eh nicht zogst ja ich war er wird ich glaube ich auch nicht verbessern wenn du ganz einfach nichts machst bei mir haben Carsten und ich eine richtig schlechte Verbindung also es ist richtig schlechte zwei beiden ja wir haben ja auch wenn ich dafür eigentlich beiden haben so wie er kann man sehen ja war ja klar ey irgendwie ist es immer Mensch außer mich gekommen wow ist es nacht äh was wolltest du eigentlich sagen äh äh Carsten hat gesagt ist ja klar eigentlich ist es immer so wenn ich es nehme wow ist es nacht das geht genau so man auch noch nicht und ja es ist nacht das würde ich sagen nur und so wie um die Ecke entgegen kommen die Zürich wow ach so ok sind kann es wohl und froh hachleppter die Geschichte ist einfach nicht so war wahnsinnig spannend wenn du vor Ort gibt es gerade hier ähnlich ja das stimmt wohl wir können über das Wetter reden ja das steht direkt dann vor dem Haus war ein Creeper toll was fahr das irgendwo ist ein Creeper explodiert entschuldigt zu meinem Bett hier ist ein Bubu Moment ein was ein Bubu nein Bubu in deinem Bett was ist ein Bubu Bubu machen weißt du nicht was das heißt doch nein es war kein Bubu ja ja voll kalt voll voll achso ich dachte einer von euch wäre das eine Spinne nicht dass ihr hässlich seid wie Spinnen aber ihr seid so hässliche Spinnen nein ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin keinem Altes mehr aufsammeln nichts abbauen kein gar nichts so auch nicht wie das 3 2 2 2 2 2 das ist die Scheiße war heute die ganze Zeit mit 6 dann auch nicht also doch gut ich ging doch kein Problem los aber sonst er wird er wird zurück oder kann auch noch wird 6 aufs Geld übel bei mir kein Bild du lächst bei mir aber scheiße Mann ich bin voll behindert ich ja keiner von euch Wart mal ein bisschen dann das ist schon erwartet bis ich die Blöcke aufgesammelt hat und nur dann ich warte jetzt zehn Minuten dann ich bin ein das dauert so wie es dauert nehm ich überhaupt auf nehm ich überhaupt auf ja ich nehm auf hm ich leide ich von mir überlassen aber der gute ist der sich der sich aufnehmen sonst wenn die auch voll abt ich bin rausgeflogen schützt schützt ich hätte aber nicht rausgeflogen hat oder so wenn wir uns noch mal es kommt wieder hoch gelungen aber nicht noch gegangen ich fand ewige als er sind da viele 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 jetzt bin ich irgendwo da war zu wissen noch nicht draußen bei mir ich bin irgendwo in der Wand ich bin in irgendeiner Höhle unter meinem Haus wahrscheinlich und neben mir steht ein Creeper da sind keine Legs da sind keine Legs ich hab die Schwierigkeit hochgestellt warte mal neben mir ist eine Spinne und neben mir einen Creeper aber die sehen mich glaube ich nicht oder greifen mich nicht an oder nicht ne du kriegst aber die Damage viel spät irgendwann nehm sie gestoppen nehm wir machen nix hallo Carsten oh du bist tot ich bin tot ich bin tot ja du wurdest von uns gekehlt ja scheiße ich hatte voll viel dabei man wo bist du standst denn ja mit nem wo ich nicht weiß wo ich war ich konnte eigentlich gleich gleich nach Hause kommen aber das ist das ich bin hier irgendwo 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 oder hab keine Spitzhange dabei und kommt deswegen auch nicht aus dieser Höhle raus ich glaube ich könnte mich jetzt gehen machen Leute das ist ja alles gut ich will mich nicht erzählen lassen wir stehen ich bin eigentlich voll meine andere Sachen dabei bitte nicht also kann ich eigentlich eigentlich dann machen wir es nicht oder ich bin jetzt Schluss mal eine Ausnahme machen ich bin ich bin ein paar Leute in Juni zwar wir haben also bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal oder bis gleich bisUUUUU oder nicht Ciao, ciao, tschüss.